Hallo, ich bin Patricia Dender und ich bin Mindset-Coach und Divine-Design-Coach. Ja, was bedeutet Divine-Design? Divine-Design bedeutet, dass es unser göttliches Design, in dem wir alle gleich sind, in dem wir in der Fülle sind und in dem alle Möglichkeiten für uns vorhanden sind. Ja, was möchte ich dir heute erzählen? Ich möchte dir heute erzählen, wie genial es ist, wenn es nicht mehr geht. Wie genial es ist, wenn du an einem Punkt deines Lebens angekommen bist, wo du pleite bist, wo du am Ende bist, wo du keine Lösung mehr hast. Dann kann es nur noch aufwärts gehen und dann bist du vor allem offen für neue Wege, unbekannte Wege, unkonventionelle Wege, weil du hast keine Wahl mehr und du hast keinen Ausweg mehr. Dein Kopf, dein Ego, dein Verstand kriegt es nicht mehr hin und du gibst auf. Du machst Surrender, du machst völlige Hingabe. Aber da ist oftmals dieses Verständnis nicht da. Was heißt völlige Hingabe? Völlige Hingabe heißt einfach, du gibst auf, die Lösung zu wissen. Du hörst auf, wissen zu müssen, wie es gehen kann. Und du gehst in dein Divine Design, wo alles schon gelöst ist. Und diesen Prozess für deinen Verstand zugänglich und umsetzbar zu machen, das ist deine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist nicht leicht. Und deswegen ist es so gut, wenn nichts mehr geht. Deswegen kannst du mich dann hören, wenn ich dir sage, was du zu tun hast. Und genau so ist es einer Kundin von mir ergangen. Sie war am Ende und sie hatte keine andere Wahl, als 100 Prozent genau das umzusetzen, was ich ihr gesagt habe, was zu tun ist. Und das hat sie gemacht. Und ich habe drei Tage gegeben und schon nach einem Tag hat sie konkrete Ergebnisse gehabt. Nach einem Tag hat sie die Welt da draußen verändert, hat sie Zauber und Magie bewirkt, nur weil sie sich selber in ihr Divine Design gebracht hat. Weil sie Dinge in ihrem Verstand klargekriegt hat, die sie früher nie klargekriegt hat. Mit ganz einfachen Anweisungen, wo ich ihr gesagt habe, dass sie das umsetzen muss. Und das kannst auch du. Das kann jeder. Jeder ist in seinem Divine Design hier auf die Welt gekommen. Wir sind mit Human Design, Worten, Ansichten, Überzeugungen geprogrammiert worden, gepolt worden. Und irgendwann mal merken wir, dass es limitiert ist. Und dass wir hier sind, um ein limitloses, freies Leben zu führen. Und all diese Grenzen, die wir haben, müssen wir einreißen. Und diese Kundin von mir, sie hat tatsächlich keine Wahl mehr gehabt. Aber sie hat mir vertraut. Und sie wusste, dass wenn sie genau das macht, was ich ihr sage, auch wenn es unangenehm ist, und das war es, auch wenn es schwer ist, und das war es, einfach da durchzugehen und genau meinen Anweisungen zu folgen. Und sie hat es gemacht. Und sie ist innerhalb von einem Tag aus der Dunkelheit ins Licht emporgestiegen. Und was meine ich damit? Da meine ich kein Wu, Wu, Wu ins Licht emporgestiegen, sondern in die Freude, in die Klarheit, in die Wahrheit, in die Sicherheit des Lebens. Und das ist das, was wir alle wünschen. Und es ist das, was uns fehlt, wenn nichts mehr geht. Und ich möchte dich daran erinnern, dass du der alleinige Schöpfer deines Lebens bist. Und dass auch du, wie sie, das umsetzen kann. Und der Weg kann sowas von schnell gehen, wenn du jemanden hast, der dir genaue Anweisungen gibt und der dir den Raum hält. Und du das Vertrauen hast, dass nach diesem Dunkel absolut genau das kommt, was du möchtest. Und ich mache dieses Video hier für dich, dass du ermutigt bist, egal welchen Bereich deines Lebens, wo du das Gefühl hast, jetzt geht gar nichts mehr, entweder wird es geil oder gar nicht, dass du dann in den Schluss fasst und sagst, ich weiß, dass ich nicht hier bin, um zu leiden, sondern ich weiß, dass ich hier bin, um ein großartiges Leben zu führen, um ein großartiges Business zu haben, um eine großartige Familie zu haben, um einen großartigen Lebenssinn zu haben. Dann komm mit auf meine Divine Design Reise. Ich bin deine Reiseleiterin. Ich sage ganz genau, was deine nächsten Schritte sind, wo du hingehen musst. Und ich bin da, um dir den Rücken zu stärken und dir das Vertrauen zu geben, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass du dort ankommst, wo deine Reise dann erst richtig losgeht in ein freies, leichtes und unbeschwertes Leben. Und was diese Kundin innerhalb von einem Tag geschafft hat, kannst du auch schaffen. Es kommt ganz darauf an, wo du stehst und wo du zu mir kommst. Aber sprich mit mir, mach ein Gespräch aus und ich kann dir ein konkretes Angebot machen, wie ich dich unterstützen kann, dass du auch dein außergewöhnliches Leben führst, dass du auch all deine Beschränkungen und Einschränkungen, Ängste und Unsicherheiten loslassen kannst. Dass auch du ein Leben haben kannst, wo du morgens aufstehst und wo du dich freust. Ich wünsche mir das so sehr für dich, genauso wie ich das mir für mich gewünscht habe. Und ich bin so glücklich, dass ich heute in der Lage bin, dir mit der Divine Design Reise genau alles aufzuzeigen, welche Schritte du gehen darfst, wo du noch Blockaden hast, was dich hindert, diese Frau oder dieser Mensch, dieser Mann zu sein, der in der absoluten Blüte seines Lebens steht. Und das ist eigentlich nicht mit Alter, das hat nichts mit Alter zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, wie du dich fühlst, wie du dich selber siehst und wie du das Leben und alle Mitglieder des Lebens das draußen selber beobachtest. Melde dich bei mir. Ich habe im Moment ein VIP-Special und es ist auch für dich. Trau dich einfach. Tschüss.